Guten Tag und herzlich willkommen bei der GEWO Wohnen in Speyer. Wie können wir Ihnen weiterhelfen? Wenn Sie eine Wohnung suchen, drücken Sie bitte die Taste 1. Sie haben sich bereits wohnungssuchend bei uns gemeldet? Dann drücken Sie bitte die Taste 2. Für Ihre Schadensmeldung oder Reparaturanzeige drücken Sie bitte die Taste 3. Wenn Sie Ärger mit Ihren Nachbarn haben oder sich beschweren wollen, drücken Sie bitte die Taste 4. Haben Sie keine Auswahl getroffen, verbinden wir Sie gleich mit unserer Telefonzentrale. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.